wunderschönen guten tag liebe youtube community ja das ist hier mein erster vlog und ich dachte ich fahre heute zu meinem bruder nach wedel irgendwo bei hamburg so kleines dorf ist egal naja auf jeden fall mache ich hier ein paar videos dazu und wir sind jetzt gerade auf dem weg erstmal meine oma und mein opa abzuholen die sacken wir damit ein und dann sehen wir uns wahrscheinlich dann erst wieder wenn wir in wedel angekommen sind bis später so ich bin hier jetzt gerade mit meiner familie an der elbe spazieren wir sind jetzt in hamburg reingefahren und es ist eigentlich der erste november aber mehr muss ich nicht zeigen oder es ist schweine warm ich komme mir vor wie an der wüste sarah hey gegen licht naja egal bis später so haben wir wieder bei sich zu hause abgeliefert ja man hat ja gesehen war heute ein schöner tag ordentlich schönes wetter zu schönes wetter ich meine es ist erst der noch mal wahrscheinlich kurz das sagen aber jetzt sind wir hier erst mal noch am autofahren und wir haben meine grüne ampel wir hatten den ganzen tag heute rote ampel aber jetzt haben wir mal die grüne ampel ich bin glücklich so jetzt waren wir hier beim ostseepark es ist ein tag vergangen gestern waren wir im wedel und wir haben gerade wieder beim leckersten sushi überhaupt gegessen ja und jetzt schlendern schlendern wir hier noch ein bisschen aus dem park durch ich weiß nicht ob es welche kennen sollten überhaupt welche im mv internet haben ja und wir gehen hier weiter und freuen uns jetzt das lass ich drin ne jetzt bin ich wieder zu hause gut und es war ein schöner tag im ostseepark ich weiß der vlog ist jetzt nicht der längste und es ist auch nicht so viel zu sehen außer mein gesicht aber es ist ja nicht so schlimm hoffe ich für den ersten vlog naja also es werden sicher noch einige vlogs kommen nächste woche fahr ich nach schwerin vielleicht kommt da mal mal sehen und ja ich würde mal sagen man sieht sich tschüss tschüss tschüss